Neue Ausgabe Real Talk Immobilien, heutiges Thema, ich wurde gefragt, wie gehen wir um mit Hater-Kommentaren? Wachstum, Social Media in der Immobilienbranche, Digitalisierung, ich sag es geht nicht mehr ohne, 2023, ein Käufermarkt, alles hat sich verändert, wir brauchen mehr Reichweite, wir brauchen mehr Bekanntheit, wie geht das über Digitalisierung, Social Media? Social Media ist nicht nur Digitalisierung, sondern es gibt noch viele, viele automatisierte Prozesse, E-Mail-Marketing, all diese Dinge sollte man haben und unweigerlich passiert was? Hater-Kommentare, wer viel Bälle nach außen schmeißt, zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und wie geht man damit um? Ganz einfach, man ignoriert es, dazu muss man erstmal sich emotional darauf vorbereiten, aber ich kann dir sagen, wenn du in der Immobilienbranche dich für die digitale Welt, für die weite Welt, Social Media entscheidest, dein Fenster erweiterst, dann musst du damit klarkommen, weil Hate ist Anerkennung für dein Erfolg, Neid ist Anerkennung für dein Volk und all das sind Dinge, die gehören einfach dazu, lass sie nicht an dich ran und mach bitte eins nie, antworte nie auf irgendwelche Kommentare, egal in welchen sozialen Medien du unterwegs bist für deine Sichtbarkeit, ich würde immer anfangen mit Facebook und Instagram, eine riesen Reichbarkeit, auch heute noch und natürlich TikTok, TikTok ist ein Medium, was sehr, sehr am aufsteigenden Ast ist, du bekommst hier noch organische Reichweite ohne Bezahlung, anders wie es bei vielen, vielen anderen Medien oder sozialen Medien eben ist. Daher musst du einfach cool bleiben, locker bleiben, nicht antworten, weil dein Leben ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ja, solche Menschen, die Zeit investieren und dort Kommentare schreiben, warum, ich kann es euch nicht sagen, die haben auch so ein Umfeld. Dein Leben ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das heißt, Verbrecher suchen sich Verbrecher, Ärzte suchen sich Ärzte, Anwälte, Anwälte, Mittelstand, Mittelstand und Social Media Hater haben dann Hobbys und haben die Gleichgesinnten um sich rum. Wenn du einmal antwortest, dann ist das wie ein Fliegenschwarm, du kriegst sie nicht mehr los und dann schreibt nicht nur einer, es schreiben 10, 20, 30, 50 und auf einmal bist du hier in einer Lawine und das tut dann echt weh. Habe ich mal gemacht, werde ich nie mehr tun. Man kann solche Menschen nicht verbessern, du kannst solche Menschen nicht belehren. Das ist auch nicht die Aufgabe von uns. Unsere Aufgabe ist es, unser Leben so zu leben mit den Menschen, mit denen wir klarkommen. Ich komme auch nicht mit jedem Mensch klar oder nicht jeder kommt mit mir klar. Ein Freund von mir beschreibt das immer mit einem Zug. Es gibt Haltestellen, da steigen Menschen ein, steigen Menschen aus in deinem Leben. Manche fahren bis zur Endhaltestelle. Daher niemals antworten, abprallen lassen, jeden Morgen löschen. Wir bei uns im Unternehmen haben hier einen Prozess, wo vier Mitarbeiter innerhalb von 15 Minuten diese Kommentare ausblenden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil positive Nachrichten schreibt keiner bei Facebook. In Bayern sagt man, gelobt ist schon genug oder so ähnlich. Ich weiß den Spruch jetzt gar nicht mehr. Aber egal, antworte nicht drauf, lass es nicht an dich ran, lösche diese Kommentare, blende sie aus und tu ja nie drauf antworten, egal wie schwer es dich in den Fingern juckt. Zum Thema Social Media Reichweite vielleicht noch ein paar Eindrücke und ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich erreiche mittlerweile 550.000 Content monatlich über mein Instagram-Konto. Ich habe sechs Millionen Menschen in meiner Audience bundesweit. Wahrscheinlich sind es mittlerweile schon wieder viel, viele, viele mehr. Ja, da interagiert nicht jeder mit uns, aber ein paar hunderttausend interagieren. Follower Zahl ist nicht wichtig. Ich habe komischerweise nicht so viele Follower wie andere, aber ich habe dafür zehnmal mehr Umsatz wie alle anderen. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist dir lieber, willst du lieber mehr Umsatz oder mehr Follower? Ich will Follower ja, aber der Umsatz steht im Vordergrund im Business und deswegen auch das ist ein Hinweis. Du erreichst ganz, ganz viele Menschen eben darüber. Wir erreichen dann noch 2,8 Millionen Menschen über unsere Bricks and Mortar Immobilien. Du siehst, was es für eine Reichweite hat. Vom Budget her, es tun am Anfang schon 200, 300 Euro. Die meisten machen folgenden Fehler, gehen eben in die Sichtbarkeit. Nicht in die Sichtbarkeit, sondern wollen immer gleich Aufräge haben. Wir nutzen es für die Sichtbarkeit. Dazu aber mehr in einer neuen Ausgabe von Realtalk Immobilien. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen. Die Frage ist beantwortet. Hater-Kommentare gehören dazu, aber ja nie antworten. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe, ihr Lieben.